Für euch, Joey Heindle, Herzen können fliegen. Joey Heindle ist Mitte 20 und sitzt an einem schwarzen Flügel auf der Hauptbühne. Du bist die Liebe meines Lebens. In dir kann ich grenzenlos vertrauen. Will nur für dich ein Sieger sein. Das soll es erreichen, wovon wir träumen. Ich lass dich nie allein. Denn du, du bist mein Leben. Du bist alles, was ich will. Denn du bist mein Herzschlag. Du machst mich stark mit deinem Blick. Millionen von Tagen für unser Glück. Du bist mein Engel, mein Liebeslieb. Es ist einfach, aber kurz. Ich bin in dich verliebt. Oh, oh, oh. Denn du, du bist mein Herzschlag. Joey hat kurze braune Haare, trägt ein rosanes Hemd, Jeans und weiße Sneakers. Er hat das Piano verlassen und schaut immer wieder zu seiner Frau Justine, während er singt. Kurzweilig ist er kurz zu ihr hingegangen, hat ihr die Hand auf die Schulter gelegt und steht jetzt wieder auf der Hauptbühne. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis mein Engel, der für mich sieht, der für mich sieht, der für mich sieht. Uh, 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 uh. Applaus Joey verbeugt sich, winkt ins Publikum und umarmt jetzt nochmal seine Frau Justine, gibt ihr einen Kuss und setzt sich zu ihr an den Tisch.